Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach von eurem Freund einen gemollten Flak-Anhänger ziehen könnt. Ja, dafür braucht ihr selbstverständlich nicht einen Freund. Der Freund braucht dann selbstverständlich auch einen Flak-Anhänger. Ja, ihr benötigt auf jeden Fall eine MOC. In der MOC benötigt ihr auch eine MK2. Das ist ganz wichtig, sonst wird es nicht funktionieren. Ebenso braucht ihr noch eine Nachtclub-Garage. Die Nachtclub-Garage muss auch voll sein. Welche Garage ist das auch völlig egal. Ja, wenn ihr jetzt keine volle Garage habt, dann kauft ihr euch einfach ein paar kostenlose Allergies rein, so dass die Garage dann voll ist. Und ja, ebenso braucht ihr noch einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung befindet und in einem Job für einen Diktaten drin ist. Wenn ihr jetzt keinen Freund habt, dann könnt ihr auch einfach den Bot dafür benutzen, den ich euch auch in der Videobeschreibung dann verlinken werde. Ja, wenn ihr dann eigentlich soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, fordert euch einfach eure MOC an. Euer Freund geht hinter eure MOC. Ihr geht dann auf Eintreten mit neuen Freunden und Crew. Dann warten wir, bis wir in die MOC geladen werden. Steigen einfach auf die MK2 auf und fahren aus der MOC raus. Da sind wir dann draußen angekommen. Dann einfach nur noch absteigen. Jetzt suchen wir uns irgendein MPC-Auto mit einem großen, flachen Dach. Ja, hier vorne ist schon eins. Das schnappe ich bei mir jetzt. So, ihr fahrt dann mit dem MPC-Auto einfach hinter eurer MOC. Steigt dann wieder auf eurer MK2-Bike auf. Einfach aufs Dach drauflegen. Dann drücken wir das Steuerkreuz nach rechts. Wir werden einen kurzen Blackscreen bekommen. Das Auto verschwindet. Perfekt. Als nächstes einfach nur noch absteigen. Jetzt einfach nur das Interaktionsmenü öffnen. Persönliches Fahrzeug einlagern. Haben wir das eingelagert auf Sonderfahrzeuge. Und dann einmal unsere MOC auch einlagern. Ist dann die MOC dann im Lager. Dann gehen wir wieder ins Interaktionsmenü auf Fahrzeuge. Und tun dann einmal unseren Flak-Anhänger anfordern. Habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen. Ihr braucht auf jeden Fall auch einen Flak-Anhänger. Ihr müsst euch auf jeden Fall einen Flak-Anhänger gekauft haben. Sonst wird es nicht funktionieren. So, dann warten wir einmal bis der Flak-Anhänger auf der Map erscheint. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt gehen wir zu diesem Flak-Anhänger, den wir uns ziehen wollen. Wir steigen einfach auf. Unser Freund geht dann jetzt in seinen Bunker rein. Und schickt uns dann eine MOC-Einladung. So, unser Freund ist jetzt in seinem Bunker drin. Schickt uns eine MOC-Einladung. Wir akzeptieren die Einladung einmal. Bekommen jetzt einen unendlichen Blackscreen. Und jetzt kommt der Freund ins Spiel, der sich in der Einladungssitzung befindet. Ihr könnt einfach den Bot dafür benutzen. Anabag 2. Ganz einfach dann beitreten. Alle Meldungen, die dann jetzt kommen, einfach mit X bestätigen. Wunderbar, perfekt. Wenn jetzt wieder sichtbar erscheint, einfach wieder auf den Flak-Anhänger aufsteigen mit Dreieck. Jetzt muss unser Freund uns noch einmal eine Einladung schicken in seine MOC. Die Einladung, die nehmen wir doch ganz einfach an. Mit X bestätigen. Wunderbar. In seiner MOC angekommen, müssen wir jetzt nichts anderes machen, außer einfach nur noch die MOC zu verlassen. So, wir verlassen jetzt auch den kompletten Bunker. Also wir verlassen jetzt den Bunker von unserem Freund. So, jetzt sind wir jetzt draußen angekommen. Dann fordern wir uns jetzt einfach das Auto an aus der Nachtclub-Garage. Ich nehme die Nachtclub-Garage B2. Wie gesagt, die Garage, die muss voll sein. Welches Auto ihr euch anfordert, ist auch völlig egal. Das Auto geht auch nicht verloren. Und mit diesem Auto begibt ihr euch dann zu eurem Bunker. So seid ihr dann mit dem Auto in eurem Bunker drin, fahrt ihr mit eurem Auto einfach hinter eurer MOC. Drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Auto dann in die MOC zu überführen. Das Fahrzeug-Lager-Vollmeldung einfach annehmen. Perfekt. Und jetzt ist euer Flak-Anhänger schon mal in eurem Nachtclub drin. Das heißt, ihr habt das Fahrzeug jetzt ausgetauscht. Das heißt, das Auto aus eurer Nachtclub-Garage ist jetzt hier in der MOC. Und euer Flak-Anhänger ist jetzt in eurer Nachtclub-Garage gelandet. Und deswegen begeben wir uns jetzt einmal zu unserer Nachtclub-Garage. So, sind wir dann von unserem Nachtclub angekommen. Gehen wir nochmal ins Interaktionsmenü. Den tun wir einmal unseren Flak-Anhänger anfordern. So, und ihr werdet sehen, dass jetzt nicht unser Flak-Anhänger erscheint, sondern unser MK2-Bike. Und das ist auf jeden Fall perfekt. Moment, warten. Da ihr seht, MK2-Bike ist erschienen. Mit diesem MK2-Bike begeben wir uns jetzt zu dieser Garage, wo wir uns eben das Auto hergeholt haben. So, in meinem Fall ist das die B2-Garage. Die betrete ich jetzt einfach. Die Meldung auch einfach akzeptieren. Und jetzt überführen wir einfach das Fahrzeug. Und zwar jetzt einfach den Flak-Anhänger ersetzen. Einfach mit X dann bestätigen. Und jetzt ist unser Flak-Anhänger in unserer MOC. Also jetzt ist unser Flak-Anhänger in unserem Bunker. Da an diesem Platz, wo er auch sein soll. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich habe jetzt gerade meinen Flak-Anhänger anfordern. Und ihr seht, ich habe jetzt den gemoddeten Flak-Anhänger von meinem Freund gezogen. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.